Hallo liebe Strandfreunde, Beachinspektor Eike hier aus dem Süden von Mallorca. Ich bin gerade am Placcia de Spregons, der ist aufgeteilt in zwei Buchten. Einmal hinter mir der Placcia de Spregons Grands und einmal vor mir der Placcia de Spregons Petits. Der dient so ein bisschen als Transit-Strand zwischen dem sehr bekannten Strand Estrenc und dem Placcia de Staniem. Hier geht es sehr ruhig zu, hier sind nicht so viele Leute. Das liegt daran, dass der Strand zum großen Teil aus Algen besteht und dass hier auch sehr viele Boote in der Bucht anliegen. Wenn ihr FK Kala seid oder wenn ihr einfach mal die Einsamkeit zwischen den beiden Stränden hier genießen wollt, dann mag das trotzdem der richtige Strand für euch sein.